Nachdenkseiten Die kritische Website Die Panik der Meinungsmacher Hemmungslose Hasssprache von oben Ein Kommentar von Tobias Riegel Seit den Landtagswahlen gibt es in der Propaganda gegen Rüstungs- und Regierungskritiker kein Halten mehr. Täglich werden neue verzerrende und beleidigende Tiefpunkte erreicht. Hier folgt eine Übersicht. Gleichzeitig wird mit Hass und Hetze Zensur gegen Bürger gerechtfertigt. Dabei richten die offiziellen Entleisungen viel mehr Schaden an, als es Bürgerkommentare je könnten. Eine weitere Verrohung der Debatten wird in Teilen der Politik und der Journalisten großer Medien billigend in Kauf genommen. Für einen kurzen Effekt im Meinungskampf sind diese Akteure bereit, die politischen Debatten durch Tabubrüche, schwere Beleidigungen, inhaltliche Verzerrungen, Nazi-Vergleiche und andere Techniken langfristig zu vergiften. Ganz so, als gäbe es kein Morgen und als müsste man nicht auch dann noch gesellschaftliche Dinge verhandeln. Die für die eigenen Zwecke genutzte Hetze steht dabei in krassem Kontrast zum offiziellen Kampf gegen Hass und Hetze, mit dem hochproblematischen Gesetze wie der Digital Services Act der EU sowie indirekte Zensur, unter anderem über Faktenchecker und die politisch motivierten Löschungen durch Tech-Konzerne gerechtfertigt werden. Siehe dazu zwei Verlinkungen. Die Doppelstandards bezüglich dessen, was der einen Seite den Guten erlaubt ist, was bei der anderen Seite aber zumindest als illegitim verrufen wird, sie sind total offensichtlich. Deutlich wird das etwa bei der Frage, wer Bezüge zu Nazi-Herrschaft für seine Meinungsmache nutzen darf, wie wir etwa in den Artikeln »Nur die Guten dürfen Nazi-Terror relativieren« und »ZDF stellt Wahlergebnisse« in eine Reihe mit »Zweitem Weltkrieg« thematisiert haben. Betont werden soll hier noch einmal ein Punkt aus dem Vorspann. Die sprachliche Verrohung in Politik und Medien, also die gezielte Enthemmung von »Oben«, hat langfristige Folgen für Gesellschaften, wie wir im Artikel »gezielte Verrohung, als gäbe es kein Morgen« beschrieben haben. Dabei richten die offiziellen Entleisungen von Seiten etablierter Politiker oder von Redakteuren großer Medien potenziell erheblich mehr gesellschaftlichen Schaden an, als es die Nutzerkommentare von Bürger je könnten. Eine Woche Hass und Hetze In dieser Woche hat diese Tendenz der verrohenden sprachlich-inhaltlichen Tabubrüche und der doppelten Standards mit einer giftigen Meinungsmache, vor allem gegen Sarah Wagenknecht und die neue Partei BSW, ganz neue Höhen- bzw. Tiefpunkte erreicht. Ausgelöst durch die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen sind noch einmal so manche Hemmungen gefallen, wenn es darum geht, eine politische Konkurrentin, unter anderem mit hanebüchenen historischen Parallelen, zu attackieren. Hier eine Auswahl, verlinkt innerhalb des Textes. Wagenknecht ist der Mensch gewordene Hitler-Stalin-Pakt. CSU-Vorstandsmitglied überholt Hofreiter. Und? Hofreiter bezeichnet Wagenknecht als eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen Deutschlands. Dann wird Gandhi wohl bald zum Kriegsverbrecher. Und? Wagenknecht zu Habeck-Vorwurf, dass BSW korrupt sei, sowie Stimmen und Trollarmeen im Internet kauft. Bereits im Vorfeld der Landtagswahlen waren sehr bedenkliche Beiträge zu verzeichnen. Medien- und Cyberangriff gegen Wagenknecht. Auf sie mit Gebrüll. Und? Pamphlet unterstellt BSW einen nationalen Sozialismus. Und? BSW ist ein Kreml-Ableger, wie Wagenknechts Koalitionsaussage einschlägt. Auf die in jüngerer Zeit immer wieder genutzten doppelten Standards bezüglich einer möglichen Relativierung des Naziterrors gehen diese Artikel ein. Nur die Guten dürfen Nazi-Terror relativieren. Und? ZDF stellt Wahlergebnisse in eine Reihe mit 2. Weltkrieg. Eher allgemein haben sich folgende Artikel der Tendenz der Verrohung von oben gewidmet. Die Hasssprache im Mainstream. Menschen sind Ratten, Dünger, Schweine. Und? Kanzlerentleisung. Pazifisten sind gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Und? Die Geisterfahrer der radikalen Mitte. Alles Extremisten außer mir. Und? Ukraine-Krieg. Deutsche Medienlandschaft endgültig im Rausch. Um die aktuelle Verrohung in vielen gesellschaftlichen Debatten zu erklären, muss unter vielen anderen Aspekten auch die damalige giftige Meinungsmache gegen Andersdenkende während der Corona-Politik in den Blick genommen werden. Für kurzfristige Gewinne im Meinungskampf wurden von den Lockdown-Befürwortern zahlreiche Tabus gebrochen, was noch lange in der Gesellschaft spürbar sein wird. Dazu haben wir zahlreiche Artikel geschrieben. Hier ist eine kleine Auswahl nur zum Aspekt der Folgenlosigkeit bis heute der damaligen Hetze gegen Andersdenkende. Corona. Haft für Atteste. Preise für Hetze. Und? Kein Scherz. Sarah Blinddarm-Bosetti erhält Grimme-Preis. Und? Ja, ihr habt bei Corona mitgemacht. Panik der Meinungsmacher? Alle genannten Texte finden sich verlinkt innerhalb des Artikels. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.